hallo ihr lieben und willkommen zurück auf meinen channel dankeschön dass sie wieder eingeschaltet hat ja wie ihr den titel schon entnehmen konnte ist dieses video wieder ein studio vlog und was heißt das ihr bekommt echtzeit content zu sehen dazu werde ich ein bisschen erzählen was es neues gibt auch was diesen kanal betrifft auch die hunde haben einen kleinen gast auftritt und noch ein paar sachen mehr also seid gespannt bleibt natürlich super gerne dran viel spaß beim zuschauen dann legen wir auch gleich mal mit dem zeichnen los diese hunde zeichnung zeichne ich mit buntstiften von karandash und faber castell also den luminance und den polychromos auf den fabriano artistico hot pressed extra white wo ganz schön langer name also ihr findet meine ganzen materialien aber noch mal unten in der beschreibung wieder da könnt ihr euch das noch mal ganz in ruhe durchlesen bei buntstift arbeite ich generell immer von hell nach dunkel heißt ich trage erst die hellsten farben auf und werde dann nach und nach von schicht zu schicht dunkler außerdem bringe ich von schicht zu schicht auch immer mehr details ein das liegt aber auch daran weil sich die verschiedenen schichten halt überlappen und dadurch auch mehr details entstehen und mehr feine striche entstehen bei diesem fabriano papier was ich hier verwende nutze ich sehr gerne eine grundierung dafür nehme ich meistens ein warm oder ein kalt grau und wie gesagt ein warm grau hat halt einen warmen unterton so ein bisschen orange gelblich und ein kalt grau hat einen bläulichen unterton heißt wenn jetzt die farbe im fell halt warm ist also zum beispiel ein warmes braun ist dann nämlich warm grau als grundierung und wenn das zum beispiel ein schwarzes fell ist wo viel blau auch zu sehen ist dann nehme ich ein kalt grau das mache ich auch einfach um die farbe da noch mal oder schon mal ein bisschen zu unterstützen das ist so ein bisschen das in die kühlere richtung geht bei der grundierung lege ich jetzt nicht allzu viel wert darauf ja dass die sehr ordentlich ist man sollte keine harten striche sehen aber ansonsten ist es relativ egal ob die jetzt ordentlich gemacht ist und strich für strich oder eben flächig ausgearbeitet ist ich mache es meistens flächig weil es schneller und einfacher für mich geht und man nimmt sie in endeffekt zum schluss eh nicht mehr wirklich wahr also von daher man sollte halt wirklich nur darauf achten dass man keine harten striche entgegengesetzt der feld oder ich sag mal 90 grad versetzt zur feldrichtung macht so dass man das nachher durchschimmern sieht darauf sollte man so ein bisschen achten und wenn man zum beispiel mit den keramikmesser arbeiten möchte ist eine grundierung wie ich in einigen videos ja auch schon gezeigt habe relativ wichtig weil dann dieses prinzip mit den keramikmesser einfach besser funktioniert die schichten über der grundierung arbeite ich immer in feldrichtung aus und dabei lasse ich die einzelnen feldhärchen sich so ein bisschen überlappen so dass das ein bisschen realistischer wirkt übrigens über grundlagen zum feld zeichnen da habe ich bereits ein video für euch gemacht vor ein paar wochen und das lasse ich euch oben rechts mal einblenden da könnt ihr gerne im nachhinein mal vorbeischauen wenn ihr zum beispiel auch neu in diesem bereich seid also was das thema tiere zeichnen zum beispiel angeht hier seht ihr schon wie ich mit einem dunklen ton ich meine es ist schwarz einige feldstriche mache und wie gesagt von bei buntstift ist es wichtig dass man weiß dass man eigentlich nicht mit hell über dunkel zeichnen kann wie es ja bei pastell der fall ist wenn man zum beispiel pastell matt benutzt dann kann man das recht gut aber bei buntstift ist es nicht so man kann es gegebenenfalls mit hell mit weiß aufhellen aber man bekommt nie einen weißen strich oder komplett weißen strich über einen dunklen untergrund unter mit einem weißen buntstift aber auch hier wenn man jetzt zum beispiel bei buntstift das pastell matt benutzen würde was ich ja zum beispiel nur bei pastell zeichnung verwende dann kann man auch bis zu einem gewissen grad mit hell über dunkel gut zeichnen allerdings benutze ich persönlich das nicht weil ich möchte bei meinem buntstift bildern halt einen weißen untergrund haben ich weiß das pastell matt gibt es auch in weiß aber durch die oberfläche vom pastell matt ja wie soll ich sagen das frisst halt viel material vom stift auf und deswegen zeichne ich eigentlich nicht da drauf sondern wenn dann zeichne ich mit pastellen auf pastell matt aber ich wollte nur das erwähnen dass das so möglich ist dass man da auch in einem gewissen umfang halt mit hell über dunkel zeichnen kann aber auf anderen papieren ist das halt soweit ich weiß mit buntstift nicht möglich also dass ihr mit einem weißen buntstift über zum beispiel einen schwarzen untergrund geht und dann eine komplett weiße linie erhaltet ihr könnt die aufhellen das ist möglich das geht bei diesem papier übrigens auch relativ gut weil das halt so ein bisschen struktur hat und viele schichten aufnimmt aber nur dass ihr dazu nochmal bescheid wisst und ich habe auch schon mal überlegt ob ich dazu nicht mal ein kleines video mache mit buntstift auf pastell matt zeichnen und das werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen das kann ich mir jetzt eigentlich mal aufschreiben oder ich werde es mir jetzt aufschreiben und dann ist das mal so eine video idee die ich nochmal habe für euch wenn euch das natürlich interessiert kann ich das gerne machen oder werde ich das machen lasst doch gerne mal ein kommentar da wie ihr das so seht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und vielen Dank auf jeden Fall für das Anschauen und Liken und Kommentieren des Videos. Es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Und solche Skizzenbuch-Touren wird es auch öfter geben. Ich habe ja noch einige fertige Skizzenbücher für euch, die ich abfilmen werde. Und das werdet ihr auch die nächsten Monate sozusagen immer mal wieder zu Gesicht bekommen. Den braunen Bereich hier habe ich jetzt fertig. Jetzt grundiere ich den schwarzen Bereich mit einem Kalkgrau wieder, weil es ja einen blauen Unterton hat. Und das schwarze Fell ist in diesem Fall ein bisschen blau-lila-tönig, sage ich mal. Also im kalten Schwarzbereich. Aber denkt immer dran, es gibt auch warme, schwarze Töne, sage ich mal. Es kommt halt mega auf die Lichtsituation in der Vorlage an. Also man kann nicht pauschal sagen, schwarz ist immer kühl, also man nutzt ein Kalkgrau. Und braun ist immer warm und man nutzt ein warmgraues. Also es gibt auch viele braunen Töne, wo ich auch ein Kalkgrau verwende. Zum Beispiel von Weimarana, die sind je nach Licht, wirken die halt auch warm oder kalt. Und auch Labradore, da die braunen Töne, das kann je nach Licht auch warm oder kühl wirken. Also da kann man das nicht pauschal sagen. Ich kann nur sagen, orientiert euch einfach dort auch an eurer Vorlage. Und daraus könnt ihr das dann entnehmen. Nach der Grundierung zeichne ich meistens, ich sag mal, diese Special-Farbtöne mit ein. Schon mal. Also wie zum Beispiel das Lila und das Blau im schwarzen Fell. Aber auch zum Schluss gehe ich, je nachdem wie farbintensiv das auf der Vorlage zu sehen ist, mit diesen Farben nochmal über diese Fellfarbe oder über den fertigen Fellbereich rüber. Aber wie gesagt, das kommt halt echt drauf an, wie stark man das wahrnimmt. Oftmals reicht das für mich schon, wenn ich das über die Grundierung zeichne, sodass es schon ein bisschen durchschimmert durch das Fell. Wie man hier auch halt schön sieht, ich zeichne Buntstiftzeichnung Step by Step sozusagen. Also ich mache nicht die komplette Grundierung vom Hund fertig und fange dann nach und nach an das Fell zu zeichnen, sondern ich nehme mir einen Bereich vor und arbeite den dann komplett aus und gehe dann weiter. Aber natürlich, wenn mir dann in dem Bereich dann später noch was auffällt, arbeite ich das dann noch nach, also das ist klar. Aber generell mache ich einen Bereich nach den anderen. Aber das könnt ihr natürlich wie immer so machen, wie ihr das gerne möchtet, wie ihr besser zurechtkommt. Ich zeige halt in diesen Videos nur so, wie ich das zeichne. Wie ihr das nach oder letzten Endes macht, müsst ihr wissen. Ihr könnt auch verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren und schauen, wie ihr am besten zurechtkommt. Übrigens wollte ich nochmal Dankeschön sagen an alle, die hier meine Videos schauen, liken, kommentieren und natürlich auch an die, die meinen Kanal auch abonniert haben und die Glocke aktiviert haben, damit ihr nichts Neues verpasst. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Unterstützung. Es freut mich wirklich sehr, dass mittlerweile über 7000 Leute mir folgen. Ich habe vor ungefähr etwas über einem Jahr intensiver oder intensiv damit angefangen, Videos online zu stellen. Es ist wirklich mega viel Arbeit, muss ich sagen. Aber es macht halt auch echt viel Spaß. Und mich freut es halt auch, dass sich so viele Leute das halt auch angucken und das ist halt auch relativ viele, also ich finde, dass viele Leute interessiert und mich freut es auch immer, dass immer wieder neue dazustoßen. Also, wenn ihr meine Videos schaut, denkt doch gerne drüber nach, den Channel oder meinen Channel zu abonnieren und klickt gerne die Glocke an. Dann verpasst ihr nämlich auch nichts Neues mehr, wenn ich was poste oder wenn ich mal live gehe. Ja, also, Dankeschön dafür. Wie gesagt, auch Dankeschön an alle, die bereits meinen Channel abonniert haben. Vielen Dank. Und wie gesagt, das macht mir auch so ein bisschen mehr Mut, immer weiterzumachen. Es macht natürlich Spaß, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man merkt, das, was man macht und was man zeigt, das interessiert die Leute halt auch. Ja, ich gehe hier, wie gesagt, Schritt für Schritt vor. Ich werde immer dunkler beim Fell. Ich fange, wie gesagt, hell an, beim Kaltgrau in diesem Fall. Nutze dann zwei, drei verschiedene Grautöne und auch die Farben, die im Fell sind und arbeite mich dann weiter, in diesem Fall bis zum Schwarz, dass dann wirklich, ja, komplett dunkel ist. Aber auch hier achte ich darauf, dass ich natürlich die Fellrichtung beachte und strichele hierbei Schritt für Schritt die einzelnen Schichten. Dabei habe ich immer im Hinterkopf, wie lang müssen die Striche sein beim kurzhaarigen Hund natürlich kürzer als beim langhaarigen Hund. Aber auch, also diese Strichlänge ist bei mir auch abhängig, wie groß ich den Hund zeichne und wie groß der Hund in echt ist. Natürlich ist zum Beispiel beim Dackel ein A4-Porträt, ist das schon relativ groß, sage ich mal. Aber für eine deutsche Dogge ist das natürlich relativ klein. Also bei einem kurzer Dackel könnte man quasi die Striche ein bisschen länger machen als bei einer Dogge. Weil wenn ich jetzt ein A4-Bild nehme und ein Kopfporträt von einem Dackel zeichne, würde ich ja in echt sozusagen relativ dicht schon vor den Hund sitzen und bei einer Dogge wäre ich halt ein bisschen weiter weg und würde die Fellstriche also kürzer wahrnehmen und nicht so klar und länger wie beim Dackel. Also das habe ich auch immer noch im Hinterkopf. Dass die Relation oder ja, ich glaube in diesem Fell-Video habe ich das recht gut erklärt, dass man halt im Hinterkopf hat, wie groß das Tier halt in echt ist und wie groß es dann auf dem Blatt abgebildet ist. Weil ich glaube, ich habe da das Beispiel mit dem Pferd gebracht. Wenn ich jetzt einen Pferdekopf zeichne, auf A4 würde man kaum Fellstriche zeichnen, also sehr wenig, weil in echt würde ich vom Pferd relativ weit entfernt stehen und diese auch nicht wahrnehmen. Habe ich jetzt aber eine Maus auf A4, da könnte ich auch die ganze Maus drauf zeichnen. Ich hätte es wahrscheinlich größer als in Lebensgröße und kann somit relativ lange Striche machen, auch wenn es eine kurzhaarige Maus ist. Damit es halt realistisch wirkt. Also so habe ich es, glaube ich, erklärt. Und das beachte ich halt auch immer mit, damit es halt, wie gesagt, realistisch wirkt. Genauso handele ich auch bei der Nase, dass ich da zum Beispiel weniger Details einbringe, je kleiner ich zeichne und mehr Details einbringe, je größer ich das Bild zeichne. Wir haben einen Tunnel gekauft für die beiden und da bin ich so ein bisschen am Üben mit denen das Durchschicken und Durchlaufen auch ein bisschen aus Entfernung versuchen, mich da so ranzutasten. Das klappt, wie ihr seht, noch nicht immer wirklich gut. Und währenddessen übt der andere das Warten. Kalle ist hier jetzt gerade nicht im Bild, aber der muss am Rand. Da sieht man ihn sitzenbleiben und warten, während der Loki halt da durchläuft und dafür wird er natürlich dann auch belohnt. Und das wechsle ich natürlich immer ab. Dazu muss ich sagen, Loki ist, wenn es um Bewegung geht, noch ein bisschen aufgeregter. Also er kann dann still sitzen. Ist für ihn tatsächlich dann ein bisschen schwierig, aber es geht auch relativ gut. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich hier nicht laufe, weil Loki würde dann auch mitlaufen. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte, dass er weiß, dass er da warten soll und sitzenbleiben soll. Und deswegen laufe ich hier jetzt auch nicht daneben her. Natürlich gibt es dann auch immer noch Tricks. Ich übe auch teilweise schon so ein bisschen Paartricks, dass beide irgendwas machen. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Bild. Hier seht ihr, wie ich grundiert habe mit einem warmen und einem kaltgrau. Kaltgrau habe ich das Fell, was noch nicht ausgearbeitet ist, gemacht und warngrau die bereits ausgearbeiteten, ausgearbeiteten, braunen Bereiche. Und jetzt bringe ich wieder blau und lila mit ins Fell ein. Und übrigens ist das auch ein Grund, diese, ja, wie ich sie nenne, diese Special-Töne, so nenne ich sie jetzt einfach mal, weshalb ich Outdoor-Fotos oder allgemein Fotos, die nicht im Studio aufgenommen sind, besser finde, weil man, egal ob Indoor oder Outdoor, da sind halt immer mehr Farben im Fell. Bei Studio-Fotos hat man meistens einen Blitz halt oder mehrere Blitze, aber man hat oftmals diese Special-Farbtöne da nicht drin, weil halt keine Farbtöne da sind, die vom Fell reflektiert werden können. Und auch die Augen wirken natürlich durch das Geblitzte, also weiß ich nicht, nicht so schön, wie zum Beispiel draußen oder drinnen aufgenommene Fotos, also nicht im Studio aufgenommene Fotos, so möchte ich das sagen. Weil natürlich die Lichtreflexe dann schon anders sind, wie gesagt, als wenn sie ohne Blitz fotografiert worden sind. und und wie gesagt, dieses Papier hat halt halt auch relativ viel Struktur und da finde ich auch eine Grundierung recht angenehm, weil dadurch schon mal ein bisschen Struktur gedeckt ist und so hat man schon mal überall so ein bisschen Farbpigment. Aber wie schon erwähnt, das ist meine Methode zu zeichnen. Jeder kann das wirklich so machen, wie er das gerne möchte, wie er das gerne hätte. Also fühlt euch nicht genötigt, dass ihr eine Grundierung machen müsst. Zeichnet einfach, probiert Sachen aus, verschiedene Methoden, schaut, wie ihr am besten zurechtkommt oder was euch vielleicht sehr gut gefällt, wohin euer Stil gehen soll. Also wie gesagt, das ist mein Weg, vor allem bei diesem Papier finde ich eine Grundierung relativ gut, weil wie gesagt, man hat überall schon mal Pigment und man kann im Nachhinein gut mit dem Keramikmesser arbeiten und man hat zusätzlich noch eine Unterstützung von diesem warmen oder kalten Unterton schon mal. Nun werde ich überall mit diesem Grau oder das Fell stricheln. Ihr werdet gleich auch sehen, dass ich quasi die Kamera dann kurz ausgemacht habe, weil ich das nicht alles filmen wollte, weil ich das schon ein bisschen langweilig finde, wenn ich das alles einfach nur in Fellrichtung strichle, in diesen einen Farbton. deswegen werdet ihr gleich sehen, wie es aussieht, wenn es komplett einmal in diesen Farbton, ich sag mal, eingefärbt ist in Fellrichtung, damit ich damit dann auch gleich weitermachen kann, damit euch nicht so langweilig wird. und dann Amen. 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 Wie auch schon öfter erwähnt ist Buntstift, zumindest so wie ich es zeichne, eine sehr langsame Technik und man sollte sich einfach die Zeit nehmen, um die ganzen Detailzeit einzuzeichnen, je nachdem auch was man halt, sag ich mal, haben möchte. Bei den Zeichnungen auf grauem Papier, die ich zum Beispiel mache, da lege ich nicht allzu großen Wert auf jedes kleinste Detail. Und die Zeichnungen dauern auch nur so zwei bis drei Stunden, also dauern wirklich kürzer als diese Zeichnungen, diese hyperrealistischen Zeichnungen, aber da, oder beziehungsweise das meine ich damit, also man muss halt gucken, wo will man hin, was will man zeichnen, wie will man zeichnen und davon ist das halt abhängig und man darf sich halt nicht darauf versteifen, oh, der braucht so lange für eine Zeichnung, ich muss mindestens so lange brauchen oder ich muss länger brauchen. Nein. Schaut einfach, was ihr haben wollt, wie lange das dauert und allgemein, wenn man wirklich in die superrealistische Richtung gehen möchte, muss man sich halt darauf einstellen, dass es im Normalfall relativ lange dauert, so ein Bild zu zeichnen, wegen der ganzen Details und wie man halt arbeitet und dass man sich da halt so ein bisschen drauf einstellt. Wobei das halt auch von Künstler zu Künstler halt echt unterschiedlich ist, selbst bei mir ist das total unterschiedlich und hängt mega vom Motiv zum Beispiel ab und auch welche Fellfarbe das Tier zum Beispiel hat. Und ich sag halt immer, ein Bild dauert so lange, bis ich fertig bin und zufrieden bin und so lange arbeite ich dann da dran. Und manchmal dauert es 20 bis 22 Stunden, manchmal dauert es aber auch 35 Stunden, weil, wie gesagt, manchmal habe ich natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Fellfarben und man muss erstmal rantasten, welche Farben man übereinander schichtet, damit das hinkommt. Und manche Motive liegen einem einfach und manche Motive liegen einem nicht so gut. Also zum Beispiel brauche ich für einen schwarzen Hund deutlich weniger Zeit, als für einen braunen Hund zum Beispiel. Weil ich erstmal gucken muss, wegen der Farben und bei Schwarz, da bin ich halt schon so eingefahren, da brauche ich nicht mehr wirklich viel nachzudenken. Also bei einem Künstler kann das total variieren, wie ihr seht. Ja, die Tage habe ich auch im Garten meine Hängematte aufgehängt und da so ein bisschen drin skizziert. Und gleich werdet ihr mein eine Skizzenbuch sehen, wo ich halt nur Sachen reinzeichnen will, die ich im Garten halt, oder nur im Garten was reinzeichnen will oder was ich halt im Garten so gesehen habe, reinzeichnen möchte. Und anschließend koloriere ich das dann meistens mit Aquarell. Weil, okay, also Loki hatte kein Schmetterling auf der Nase, den habe ich mir dazu ausgedacht. Aber das, oder damit möchte ich dieses Skizzenbuch so ein wenig füllen. Und das mache ich zum Beispiel draußen, wenn es schönes Wetter ist und ich mal kein Voice-Over oder ähnliches für ein Video mache. Und ich genieße einfach die Zeit, auch draußen im Garten zu sein mit den Hunden oder da einfach auch mal was zu malen. Im Skizzenbuch, wie gesagt, meine Bilder nehme ich nicht mit raus. Dafür sind mir die da auch einfach zu schade, wenn da nachher was draufkommt und man hat schon so viele Stunden daran gearbeitet. Oder es ist ein Auftrag, die bearbeite ich halt nur drin und nicht draußen. So, hier seht ihr jetzt schon das fast fertige Hals- bzw. Brustfell. Das ist halt relativ dunkel. Und ihr seht hier zum Beispiel auch, ich hoffe ihr seht das, dass ich mit dem Hellgrau ein bisschen das Dunkle wieder aufhellen kann, in einigen Bereichen. So, dass ich halt einzelne Fellhärchen hervorheben kann. Aber auch hier werde ich gleich noch mit dem Keramikmesser arbeiten. Weil damit geht das halt noch ein bisschen feiner, ein bisschen heller. Damit bringe ich auch noch mal ein bisschen Struktur ins Fell rein. Kann die Haare ein bisschen besser, ich sag mal überlappend rauskratzen. Und damit mache ich so die finalen Arbeiten sozusagen nochmal. Und hier seht ihr auch oben rechts dieses Stehuhr. Wie gesagt, dazu wird es ein Video geben nächste Woche. Also, wie gesagt, wenn ihr noch nicht abonniert habt oder die Glocke angeklickt habt, um informiert zu werden, wann ich etwas Neues poste, könnt ihr das super gerne tun. Und natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefällt, liked es super gerne, kommentiert es gerne. Denn dadurch werde ich von YouTube einfach weiter oben gerankt, kann von anderen Leuten, die mich noch nicht kennen, besser gefunden werden. Und somit kann mein Kanal natürlich auch weiter wachsen. Also, ein Dankeschön dafür im Voraus. Und achtet vor allen Dingen, wenn ihr mit Skypell oder diesem Keramikmesser arbeitet, darauf, dass ihr das Papier nicht beschädigt. Also, nicht einritzen oder ähnliches. Sondern einfach nur, wie früher in der Schule, wenn man mit Wachsmalstift über so ein buntes Papier gemalt hat, das abkratzen sozusagen. Das ist einfach nur so eine kleine, feinere Variante davon, dass ihr einfach die obersten Schichten abkratzt, sodass sozusagen nur noch die Grundierung überbleibt. Und das ist einfach das einfache Prinzip dahinter. Wie gesagt, passt da einfach drauf auf, dass ihr das nicht so gerade aufsetzt und damit dann in das Papier schneidet, sondern ich halte das halt leicht schräg und kratze sozusagen mit der Seite vom Messer. Die Woche gab es leider nur dieses eine Video. Also eigentlich sollte dieses Video schon früher online kommen. Ich habe das aber irgendwie nicht geschafft, weil die Woche einfach so mega viel los war. Und dann hatte ich abends auch keine Lust mehr, mich dann da hinzusetzen. Ja, und das irgendwie zu machen, zu schneiden richtig und zusammenzusetzen und das Voice-Over zu machen. Und deswegen kommt das jetzt. Aber das andere, wie gesagt, von dem Stehuhr, das bekommt ihr auf jeden Fall nächste Woche zu sehen. Und deswegen wird es, wie gesagt, nächste Woche auch nochmal zwei Videos geben. Und die Ausnahmen sind halt sonst für zwei Videos in dieser Sommerzeit, so nenne ich es mal, wenn es so ein YouTube-Shorts-Video ist, was ja halt nicht länger als eine Minute geht. Oder wenn das so Speedpaints sind von Aquarell-Skizzen zum Beispiel. Weil das braucht halt nicht viel Zeit. Es braucht auch nicht viel Zeit zum Schneiden. Und deswegen gibt es sowas dann halt auch zwischendurch nochmal. Aber richtig längere Videos oder Tutorials und sowas wird es dann sonst nur noch einmal die Woche geben. Und erst im September oder Oktober, ich weiß, wie gesagt, noch nicht ganz genau, wird es dann wieder zwei Videos die Woche geben. Und ihr hattet, für die, die jetzt noch zuschauen, noch unter dem Skizzenbuch-Video geschrieben von letzter Woche, dass ihr das auch mal ganz interessant fändet, wenn ihr mir so zuschaut, wie ich so ein Skizzenbuch fülle. Und ich überlege halt, ob ich vielleicht zu sowas auch mal ein Video mache, ob das interessant ist. Ja, also für alle, die jetzt noch dran sind, könnt ihr gerne schreiben, ob sowas Skizzenbuch-Buchfüllen einfach interessant für euch ist oder ob ihr das gar nicht mögt. Ich werde es, glaube ich, auch einfach mal ausprobieren, wie ich mich dabei so fühle, weil so ein Skizzenbuch, das ist ja doch nochmal irgendwie anders als so eine Zeichnung, weil man weiß nie, was passiert. Man hat immer auf einmal so Ideen, die dann kommen und wo man denkt, okay, das mache ich jetzt. Oder ich bin dann relativ spontan und probiere halt auch mal Sachen aus. Deswegen, also ich glaube, ich werde das mal ausprobieren, einfach auch als Video. Aber schreibt super gerne halt rein, ob euch sowas interessiert oder was ihr da vielleicht auch gerne mal sehen wollt. und ihr seht jetzt auf jeden Fall das fertige Porträt von diesem Bild. Und zwar sieht das so aus. Hier zeige ich euch das jetzt nochmal von Nahen. Und dann sind wir schon fertig mit dem Porträt. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn euch das Malen und Zeichnen von Tieren interessiert, schaut natürlich super gerne auf meinen Channel vorbei. Dort findet ihr bereits über 130 Videos zu diesem Thema, unter anderem auch diese hier. Schaut da auch zum Beispiel gerne vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt kreativ. Tschüss. 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 Töree.